Blöcke stellen Blöcke stellen Blöcke sind die wichtigsten taktischen Elemente im Basketball. Beim direkten Block blockiert der Blocksteller den Laufweg des Angreifers, so dass dieser um den Block zum Korb ziehen kann. Der Blocksteller darf den Block nicht verschieben, sonst wird ein Foul gepfiffen. Beim Angreifer ist das Timing entscheidend. Er muss sofort losdribbeln, wenn der Block steht. Nicht zu früh und nicht zu spät, sonst wird der Block wirkungslos. Der indirekte Block funktioniert genauso. Er wird benutzt, damit sich ein Spieler freilaufen kann. Gerade das richtige Timing braucht viel Übung und ein gutes Zusammenspiel der beiden Angreifer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.